Hallo, ich bin Thomas Joop, der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de. Ich begrüße euch zur Airline News Nummer 15, diesmal vom Flughafen Tegel. Ihr seht im Hintergrund eine Maschine starten und die Qatar Airways steht hier auch. Ich habe für euch wieder einige Airline News zusammengestellt. Da gibt es neue Flugrouten, aktuelle Flugschnäppchen und was ich sonst noch im Netz auf meinem Twitter-Account für euch gesammelt habe. Bleibt einfach dran und seid dabei! Ja, gehen wir direkt ins Eingemachte. Wie immer alles bei Twitter gesammelt unter dem Namen Flugexperte. Die erste Meldung kommt wieder mal von dem Billigflieger Ryanair, der uns in letzter Zeit mit zahlreichen neuen Flugstrecken beglückt hat. Irgendwie haben die jetzt Sofia ins Programm genommen. Warum, weiß ich nicht. Wird von zahlreichen Airports in Deutschland und Europa angeflogen. Man hat so das Gefühl, die haben bei Wikipedia nachgelesen, dass da seit 2002 die Staatslinie Balkan-Bulgarien nicht mehr fliegt. Und da ist wohl dieser eine Flughafen Sofia, wo man ja hinfliegen könnte. Ist jetzt der Erstflug gestartet vom Allgäu Airport in Memmingen. Ja, aus Süddeutschland gibt es noch mehr positive Meldungen. Es gibt ja nicht nur die Ryanair, es gibt noch andere Günstigflieger, wie zum Beispiel die Whiz Air. Und die sind jetzt unterwegs von Memmingen nach Podgorica und nach Siviu. Das nächste kommt auch aus der Ecke da unten. Wir haben hier Friedrichshafen Toulouse mit der Twinjet. Diese Meldung ist uns geliefert worden von Austrian Wings. Wir können da kurz mal da reinklicken. Toulouse selber ist ja für Airbus-Angestellte ein wichtiger Airport. Der wird natürlich schon längst von zahlreichen Flughäfen, vor allen Dingen mit einer gewissen Größe wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Bremen angeflogen. Und jetzt auch ab Friedrichshafen. Die sind unterwegs mit einer Beechcraft 1900D. Das ist ein Propellerflugzeug, wie man hier in dem Bild sehen kann. Viele Flieger haben hier die Möglichkeit, Meilen zu sammeln mit dem Programm Flying Blue von der Air France. Die FlyBI, die ist jetzt unterwegs von Düsseldorf häufiger zum London City Airport. Das ist werktäglich besonders wichtig für Geschäftsreisende, die ins Bankenviertel von London möchten. Da ist die Strecke nach Heathrow oder zum Billigflughafen Stansted im Nordosten manchmal recht weit. Und viel passender und einfacher dort hinzufahren ist es, wenn man in den Docklands landet im London City Airport. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und das geht jetzt ab Düsseldorf mit FlyBI. Was haben wir noch? Wir haben hier die Eurowings. Die baut eine neue Basis auf. Denn Eurowings ist eine Lufthansa-Tochter. Da sind die Verträge mit dem Personal doch dem recht ähnlich. Das versucht man zu umgehen, indem man jetzt in Wien eine Eurowings-Tochter gegründet hat. Die nennt sich Eurowings Europe. Und die bauen jetzt eine Basis in Spanien auf und zwar in Mallorca. Das erinnert so ein bisschen an den Mallorca-Shuttle von Air Berlin. Und da gibt es also zahlreiche neue günstige Verbindungen ab Palma. Dann haben wir noch was aus Österreich, nämlich diese People's Rihanna Line. Viele von euch haben da noch nie was von gehört. Das ist eine Fluggesellschaft, die mit superlativem Kuriosum, kuriosen Sachen irgendwie in die Medien kommt. Die hatten nämlich vorher nur eine einzige Flugstrecke. Jetzt haben sie eine zweite, beziehungsweise drei. Die fliegen jetzt zehnmal wöchentlich von Köln-Bonn auch an den Bodensee nach Friedrichshafen. Und machen da nämlich noch was Besonderes. Die fliegen dann noch weiter. Wir sehen das hier in dieser Grafik. Es sind Tagesrandverbindungen, auch wieder für Geschäftsleute interessant, die nicht übernachten möchten. Man kann morgens um halb neun von Köln-Bonn im Rheinland losfliegen und ist eine Stunde später dann da in Süddeutschland an der Grenze zur Schweiz. Abends dann zurück. Wer Lust hat, kann dann den angeblich kürzesten Linienflug der Welt noch dazu buchen. Da geht es nämlich von Friedrichshafen einmal rüber über den Bodensee nach Altenrhein in der Schweiz. Es gibt noch andere sehr kurze Flüge. Das ist auf den Hawaii-Inseln, dass man da für 10, 20 Minuten in die Luft steigt. Oder zwischen Jersey und Guernsey ist das in Europa möglich. Und hier wurde gesagt, dass das der kürzeste Linienflug der Welt ist. Ja, Flugfans sind auf der Hut und buchen das bestimmt bald. Aus dem Westen Deutschlands haben wir noch eine interessante Meldung. Diesmal von der richtigen, in Anführungsstrichen, Eurowings. Die fliegen im Mai 2017 nach Hania in Kreta. Da klicken wir mal kurz drauf. Diese Meldung kam von Airline Route und war so in den Medien bei uns gar nicht so groß vertreten. Das war für mich so eine kleine Meldung, die ich aber unheimlich wichtig finde. Ihr seht, es geht alles Anfang Mai 2017 los. Und beteiligt sind die deutschen Flughäfen Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart und Berlin-Tegel. Und da gibt es jetzt diese Verbindung in den Westen Kretas. Was super praktisch ist für die Leute, die da von da aus loswandern wollen. Oder im grünen Teil Kretas übernachten. Oder eine Mietwagen-Rundreise starten. Da geht es dann von Köln nach Zackentors. Es geht dann von Hannover ebenfalls nach Kreta oder Stuttgart nach Lanarka auf Zypern. Auch die Strecken nach Mykonos und Pula werden erhöht. Also das sind ganz klare touristische Flüge. Und das ist ab 2017. Und die Frühbucher unter euch, ich habe mal reingeguckt, es war jetzt noch nicht so günstig. Aber wenn Eurowings mal wieder eine Preisaktion hat, davon erfahrt ihr natürlich bei fluggesellschaft.de, auf meiner Facebook-Seite, in meinem Twitter-Account und was ich sonst noch alles habe. Mein YouTube-Kanal. Wenn ihr darauf achtet, wenn die eine Preisaktion haben, dann kriegt ihr da richtig gute Tickets. So. Nicht nur gute Meldungen haben wir, auch eine eher traurige. Denn ab Düsseldorf wird die Strecke nach Chicago von American Airlines eingestellt. Zum Sommer 2017 wird es nicht verlängert. Ich weiß nicht warum. Liegt sicherlich irgendwie an der Auslastung. American hat einige Streckenänderungen im Europaverkehr vorgenommen. Und da ist jetzt Düsseldorf von betroffen. Tut mir leid. Ist schade, aber ist so. Hamburg hat auch Neuigkeiten. Die Germania fliegt dort nach Almeria. Das ist für die Ferienhausbesitzer interessant. Und für viele Hamburger, die eigentlich einen verrechneten Sommer erwarten. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Aber nächstes Jahr weiß man ja nicht, wie das Wetter da wieder ist. Ab Mai 2017 könnt ihr also dem Schmuddelwetter an der Waterkant entfliehen, indem ihr mit Germania nach Andalusien fliegt. Ja, was haben wir noch ab Hamburg? Da ist die Ryanair aktiv. Und die fliegen jetzt ganzjährig nach Manchester. Auch diese Strecke ist wohl gut angenommen worden. Manchester ist auch wiederum interessant als Umsteigeziel. Von da aus geht es zu ganz vielen touristischen Zielen mit Ryanair. Man muss zwar wieder auschecken und wieder einchecken und auch die Flüge nicht zu knapp planen. Kann man zwischendurch zum Fußball gucken fahren. Von Manchester ist auch Liverpool nicht weit weg. Also wer nicht unbedingt Mourinho-Fan ist, der kann dann zu Jürgen Klopp nach Liverpool durchstarten, Fußball gucken und dann in den Urlaub fliegen. Ich kann das nur empfehlen, wenn man denkt, die Flüge ab Deutschland nonstop sind zu teuer. Ja, da bin ich dann doch froh, dass ich das gesehen habe. Eine neue Fluggesellschaft ist immer wieder schön. Ab November geht es los. Und zwar eine französische. Die nennen sich Flykiss. Weitere Informationen habe ich hier auch auf meiner Webseite. Gibt es noch gar keinen Wikipedia-Eintrag dazu. Weder in Deutsch noch in Englisch. Bei mir findet man dann auch den Zweiletter-Code. Das ist KT. Die haben so eine slowenische Tochter, ist das glaube ich. Und haben von denen den Zweiletter-Code übernommen. Zehn Kilo Handgepäck ist drin. Für Gepäck muss man extra bezahlen. Aber Snacks und Getränke sind bei denen inklusive. Die fliegen vor allen Dingen hier so Clément, Ferrand. Ich kann das nicht aussprechen. Brest, Lille, Nizza, Straßburg. Das ist für die Südwestdeutschen interessant, die mal kurz über die Grenze möchten. Ab Straßburg fliegt man gut mit denen quer durch Frankreich. Weiterer Hinweis hier zu meinem YouTube-Kanal zu finden unter Fluggesellschaften. Da könnt ihr sehen, wie ich meine neue Fahne ausgepackt habe. Wer das nicht ganz so interessant findet, der kann die News 14 nochmal nachsehen. Also die letzten, die vor etwa anderthalb Wochen veröffentlicht wurden. Und ich habe nochmal zusammengefasst, was man in dem Kanal generell so finden kann. Immer wieder gerne auch meine Evergreen-Content, wie jetzt hier diese Interviews, wo es um Kreuzflüge geht. Oder mit der Alexandra, die auf Weltreise gegangen ist. Das kann ich nur empfehlen. Oder Johanna ist immer noch hier unterwegs in Asien und Australien. Da wird es demnächst auch wieder was von geben. Also schaut mal rein, damit ich auch bald hier die 100 voll machen kann, habe ich noch 22 Abo-Plätze zu vergeben. Also klickt einfach drauf. Ich hoffe, die News Nummer 15 hier im September 2016 haben euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr bei den News Nummer 16 dann wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.